Du willst in der digitalen Welt in Wissenschaft, Arbeitswelt und Gesellschaft bestehen und teilhaben können? Du willst interaktiv und projektbezogen an echten Datenbeispielen aus der Praxis deines Faches arbeiten? Die Georg-August-Universität Göttingen bietet dir die Möglichkeit, bereits im Bachelorstudium essentielle Datenkompetenzen zu erwerben, egal in welchem Fach du studierst. Ich studiere klassische Archäologie und allgemeine Sprachwissenschaft im fünften Semester und meine bisherige Erfahrung mit Daten beschränkt sich darauf, dass ich im letzten Semester eine Übung belegt habe, bei der wir mit SQL Daten erfasst haben und daraus Datenbanken erstellt haben. Und dabei ist mir aufgefallen, wie wichtig es ist, gerade auch als Geisteswissenschaftler Daten lesen zu können. Was mir persönlich schwergefallen ist und deshalb finde ich, ist es wichtig, dass auch in der Zukunft noch mehr Angebote für Geisteswissenschaftler angeboten werden, damit wir es lernen, weil ich auch selber technisch nicht so affin bin und ich denke, dass es wahrscheinlich auch für viele andere Geisteswissenschaftler zutrifft. Die Universität Göttingen hat sich zum Ziel gesetzt, dass alle Studierenden, unabhängig von dem Fach, was sie studieren, in die Lage versetzt werden, kompetent mit digitalen Daten umgehen zu können. Deshalb haben wir die Digitalisierung auch zum Bestandteil unseres Lehrleitbildes gemacht, in dem sie zusammen mit Diversitätsorientierung und Internationalisierung im Dreiklang dafür sorgen soll, dass alle unsere Studierende ein gutes, forschungsorientiertes Studium absolvieren können.